Die Kamera läuft. Also die Kamera läuft. 2x5 Verbindung ist das, 10x. Kannst du einfach nur ganz schnell, ich bin richtig. Also, 10x7, F7 nachher anspiele ich jetzt. Ich spiele es in einem binären Field. Dann kannst du zuhause, kannst nachher einen Drumlook nehmen. Ich habe ein Haus im Tempo 80. Und dann hast du zum Beispiel 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3 So, dann machst du das, 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 das. Und dann spielst du einfache, kleine Phasen mit der echten Hand. Und schau, dass die wirklich gut in den Drum hineingehen. oder hier drin ein Problem. Dann schau. B, 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 B. 3, 4, 2, 3, 1.